Wazino ist ein Dorf im Powiat Slapski der polnischen Wojewirtschaft Pommern. Das Dorf hat ca. 450 Einwohner und ist Teil der Landgemeinde Kepis. Geografische Lage Der Ort liegt in Hinterpommern, etwa 19 km südöstlich von Schlave und 43 km östlich von Köslin. Geschichte Der Hinterpommer-Scherort Vazin wird in einem Lehnsbrief von 1485 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, ist aber und dafür spricht seine Hufen-Verfassung bereits slawischen Ursprungs. Damals war das Dorf im Besitz derer von Zitzewitz. Im Kirchenmatrikel von 1590 werden bei 12 und ein Halb Hufen 25 Bauern und 1 Kosset genannt. Im Jahr 1628 werden 16 und ein Halb Hufen und 6 Kosseten versteuert. Nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges wurde der größte Teil wieder aufgebaut. 1717 hatte Vazin wieder 15 Bauern und 2 Kosseten. Ende des 18. Jahrhunderts 16 Bauern und 1813 bestanden nur noch 9 Höfe, deren Zahl sich auf 6 im Jahre 1823 verringerte. Im Gutsbezirk wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Glashütte im Vorwerk Chomnitz, der Eisenhammer und der Siegarten angelegt. Die Glashütte ging später wieder ein. An der Wipper wurden die Fuchs- und Kampmühle, im Forst eine Dampfschneidemühle errichtet. 1871 entstand der Ausbau Luschken und 1873 wurde die große Papierfabrik in Betrieb genommen, die von Otto von Bismarck initiiert worden war und später unter dem Namen Waziner Papierfabrik AG sich zum größten Betrieb hinter Pommerns. Entwickelte erster namentlich nachweisbarer Besitzer von Wazin war Heinrich von Zitzewitz. Durch Vererbung zersplitterte sich der Besitz in den drei Ortschaften Beswitz, Janewitz und Wazin. 1692 kam Wazin an den späteren Oberpräsidenten von Pommern Kaspar Otto von Masso, damals Hofgerichtsrat in Stadart in Pommern. Kaspar Otto von Masso verkaufte es 1727 an den Grafen Adam Joachim von Pudewilz. Die spätere Erbtochter Auguste Friederike von Pudewilz heiratete 1809 den Hauptmann Konstantin Wehner von Blumenthal, der es 1844 seinem zweiten Sohn Werner Ewald vermachte. Am 7. Juni 1867 kaufte der damalige preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck Wazin von Werner Ewald von Blumenthal. Wazin blieb bis 1945 im Besitz der Familie von Bismarck. Am 17. Mai 1939 hatte Wazin 746 Einwohner. Es gehörte damals zum Landkreis Rummelsburg, nachdem es bis 1882 dem Landkreis Schlave zugehörig war. Über eine Nebenstraße war die Kreisstadt Rummelsburg in 28 Kilometern erreichbar. In etwas geringerer Entfernung lag im Norden die vormalige Kreisstadt Schlave. Bandstation an der Reichsbahnstrecke Stolpzollbrück Rummelsburg-Neustadtin war die sechs Kilometer entfernte Ortschaft Hammermühle. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Wazin im März 1945 von der Roten Armee besetzt. Bald darauf wurde das Dorf zusammen mit ganz Hinterpommern unter polnische Verwaltung gestellt. In Wazin begann nun die Zuwanderung polnischer und ukrainischer Zivilisten aus Gebieten östlich der Körsenlinie, die sich der Behausungen und Anwesen der eingesessenen Dorfbewohner bemächtigten und die Einwohner daraus verdrängten. Ihre Herkunftsgebiete östlich der Körsenlinie waren im polnisch-sowjetischen Krieg erobert worden. Die zugewanderten Usurpatoren hatten dort völkischen Minderheiten angehört und waren nach Kriegsende aufgefordert worden. Entweder eine neue Staatsangehörigkeit zu akzeptieren oder auswandern zu müssen. Die eingesessenen Dorfbewohner Wazins wurden in der darauffolgenden Zeit von der örtlichen polnischen Verwaltungsbehörde vertrieben. Bevölkerungsentwicklung Kirche Wazin hatte weder eine eigene Kirche noch einen Friedhof. Das Dorf gehörte vielmehr mit allen zum Gutsbezirk gehörigen Ortschaften zum Kirchspiel Wusso. Wusso war Körkort. Das Kirchenpatronat allerdings hatte die Familie von Bismarck auf Wazin inne und war alleine wahlberechtigt. Unterstützt lediglich durch das Mitpatronat der Familie von Zitzewitz auf Pisto. Das Kirchspiel Wusso gehörte bis 1945 zum Kirchenkreis Schlawe in der Kirchenprovinz Pommern der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union. Heute ist Wazin nur ein Teil der Paraphia der Kreuzkirche ins Last der polnischen Kirche Augsburgischen, die h. lutherischen, Bekenntnisses. Am 17. August 2012 wurde in Wazin nur die restaurierte und aus Jecholub stammende evangelische Fachwerkkirche feierlich eingeweiht. Zwar hat sie noch keine Innenausstattung, doch soll sie ein Ort der Begegnung für Christen verschiedener Konfessionen und Nationen werden. An den Einweihungsfeierlichkeiten beteiligten sich Geistliche der der Evangelischen, Katholischen und Orthodoxen Kirche, unter ihnen Bischof Marcin Hinz von der Diözese Pommern Großpolen der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Der Einweihungsfeier waren jahrelange zähe Verhandlungen und mühsame Restaurierungsarbeiten vorausgegangen. Auf dem Gelände der Forstschule in Wazinu wurden 2011 die Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen. Hier fand die Kirche auch ihren neuen Platz. Schule, Schulgebäude bereits im Jahr 1780 wird in Wazin ein Schulmeister genannt. Über ein Schulgebäude mit Grundstück wird erstmals in einem Gesetz vom 30. November 1814 gesprochen. Der Gutsherr war berechtigt, den Schulleiter zu wählen. Mit dem Anstieg der Schülerzahl nach dem Bau der Waziner Papierfabrik war ein Schulneubau erforderlich. Er erfolgte 1924 an der Straße nach Luschken. Er enthielt zwei Klassenräume und zwei Lehrerwohnungen. Im Jahr 1937 wurden 137 Kinder von drei Lehrern unterrichtet. Lehrer bis 1945 Fett 1789 bis 1812. Christian Friedrich Proband bis 1828, Ratunde 1828 bis 1846, Karl Heinrich Proband 1846 bis 1871, Julius Proband 1871 bis 1910. Später waren bis 1945 noch tätig. Hugo Schuck, Emil Störmer, Martha Krause und Traute Siedler, die Bismarcks in Wazin. Otto von Bismarck, der sich selbst später gerne als Pommerscher Junker bezeichnete, obgleich er aus dem altmärkischen Schönhausen stammte, war gleichwohl seit seiner Kindheit auch mit Hinterpommern verbunden. Als Jugendlicher fuhr er gerne und oft nach Kniephof im Kreis Naugart in Pommern auf das Gut, das sein Vater von einem Vetter geerbt hatte. Hier verbrachte er Freizeit und Ferien. Ab 1839 bewirtschaftete er es auch selbst. Am 12. Februar 1867 erhielt er in Anerkennung seiner Verdienste um den guten Verlauf des Deutschen Krieges von 1866 eine Dotation von 400.000 Talern, die auf Wunsch des Königs in Grund- und Kapitalbesitz anzulegen war. Bismarck kaufte das Gut Wazin mit allen Nebenbesitzungen von Werner Ewald von Blumenthal. Im Jahr 1847 hatte er in Altkolziglo Johanna von Puttkammer aus dem nahen Rheinfeld geheiratet und als ihr Vater 1871 verstarb, kam das Gut Rheinfeld zum Waziner Besitz. Nach dem Tode der Fürstin 1894 ordnete Bismarck an, dass seine Gefährtin ihre letzte Ruhe an der Stätte ihres Todes finden sollte, wo das Paar viele Sommer und Winter verlebt hatte. Ein kleines Gartenhaus, das ein Lieblingsplatz der Fürstin war, wurde zu einer einfachen Grabkapelle umgewandelt. Und hier wurde der Sarg beigesetzt. Später wurde ihre Leiche nach Friedrichsruh verbracht, wo sie an der Seite ihres Garten im Bismarck-Mausoleum bestattet ist. Als Fürst Otto von Bismarck am 30. Juli 1898 starb, fielen die Besitzungen an seinen zweiten Sohn Graf Wilhelm von Bismarck, der damals Oberpräsident von Ostpreußen war. Dieser starb am 30. Mai 1901 in Wazin, seine Gattin Sibylle, geborene von Arnim, führte die Wirtschaft bis 1921 und übergab sie ihrem Sohn Graf Nikolaus von Bismarck. Nach dessen Tod am 20. Januar 1940 ging der Waziner Besitz im Wege der Erbfolge auf seinen Sohn Graf Wilhelm von Bismarck über. Vor der Besetzung von Wazin durch die Rote Armee im März 1945 war Gräfin Sibylle von Bismarck nicht geflohen, sondern im Schloss Wazin geblieben. Berichten zufolge vergiftete sie sich bei dem Einrücken der Roten Armee. Sie wurde im März 1945 bei dem Erbbegräbnis der Familie Bismarck auf dem Richtberg bestattet. Dieses Erbbegräbnis der Familie Bismarck wurde später, nach 1957, durch den polnischen Staat gesprengt und die Särge aufgebrochen. Der letzte Besitzer von Wazin, Graf Ruhl von Bismarck, starb am 1. Dezember 1991 in Chile ohne Nachkommen zu hinterlassen. Persönlichkeiten Der Reichstags- und Landtagsabgeordnete Werner von Blumenthal-Suko wurde in Wazin geboren. In den Jahren 1910 und 1911 war der spätere Schriftsteller und Lyriker Walter Flex in Wazin als Hauslehrer des Grafen Nikolaus von Bismarck tätig. Von ihm stammte der Text des bekannten Fahrten- und Wanderliedes Wildgänse rauschen durch die Nacht. Fußnoten Gunthard Stöss und Pommersche-Forschungsgemeinschaft Die Gemeinde Wazin im ehemaligen Kreis Rummelsburg in Pommern ABH TTP WWW Verwaltungsgeschichte Die Rummelsburg HTML Rauteev 3 9 Rumli Waz Bericht von Magritte Schlegel in Die Pommersche-Zeitung Folge 36 8. September 2012 Seite 3. Die alte Fachwerk Kirche Techlib Kreis Rummelsburg Eine Rettungsaktion ABCD Hans-Ulrich Kuchenbecker Der Kreis Rummelsburg Ein Schicksalsbuch-Pommerscher Zentralverband Lübeck 1985 S. 270